Ich verstehe, warum Bruehki bei den O spielt, wenn er Null Bock auf LoL hat und denkt, du, man müsste Finn und Kani auch sonst um Division 1 oder höher zu kommen. Wow, Martin, HSV, du stellst dir hier harte Fragen, die du von mir so beantwortet haben möchtest. Ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass Finn und Kani so schlecht sind, um Division 1 zu spielen. Die beiden haben einfach nur noch nie Competitive gespielt und sind auch nicht in San Halo. Während Bruehki und Owe waren schon zu öfter in San Halo bzw. haben Competitive gespielt und das gleiche gilt ja auch für mich. Und die beiden, Finn und Kani, alles was sie brauchen ist einfach eine Übung. Wenn wir ein bisschen scrimm, ein bisschen hier und da mehr spielen, dann ist es easy mit denen auch Fösterwischen drin. Klar, gar kein Problem. Müsst einfach bloß gut zusammenspielen und ein bisschen üben. Und den ersten Part der Frage, Bruehki ist Bock auf League, natürlich. Das ist ja auch etwas, wo Bruehki sehr offen mit umgeht. Er ist ein extrem geiler Streamer, wenn man mich fragt und ein sehr authentischer Mensch. Und er ist halt jemand, der von seiner Laune abhängig ist und das ist auch komplett in Ordnung, denn solche Streamer sind einfach authentisch, machen Spaß und sind auch emotional. Und dann muss Bruehki halt gucken, wie er sich mit League antworten kann oder eben nicht und dann daraus die jeweiligen Konsequenzen ziehen. Wie geil ist mein Skin? Wär schon sehr geil, passt so farblich zu meinem. Das ist Schwarzfrost. Hast du den aus dem League Partner bekommen? Halt deinen Maul! Okay, okay, okay. Musstest du den kaufen, oder was? Den Chromas hat man nicht, das stimmt. Nee, meinen Chromas muss ich ja die Skins wieder kaufen, um die zu haben. Das ist so toxic. Na, da zeig ich einmal ganz stolz meinen Skin. Ich find den super, Bruehki. Danke, Sola. Okay, äh ... Aber deine Freundin wäre einfach happy. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hm? Ich dachte grad so, das kann ich jetzt aber nicht richtig verstanden haben. Oh, ganz ruhig bitte. Ring auf nach dem Game. Ach du Schein. Holy fuck, man. Ach. Die Porta, die Nahrung ist schon mal da, also. Also, ich bin Omega weiter hier im Jungle, wenn ihr akommt. Friesen die? Die Friesen nicht, ja? Füße und Stillheiten auf der Rückmeldung. Wir haben jetzt ne ... Füße stehen da ja im Blatt. Weißt du nicht? Ja, allein wegen der Ult schon, jaja. Ich hab ein richtig gut TP auf Boardlane. Wir könnten da hinten tippen und dann die Gegend. Ich hab Ultra Tanky. Jinx, nur Flash. Wenn Bruehki da ist, würde ich rein tippen wollen. Ich tippe jetzt, actually. Links hat kein Flash. Beide kein Flash, keine Ult auf Lulu. Sollte gut fliegen sein. Ich bin am Wich. Free. Nice. Ich hab noch die, ich hab noch die. Wollen wir nicht, wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Wollen wir nicht, dass wir es hatten. Ah, hat er gut gemacht. Nice. Upsi. Bore. Am Junge. Ja, ist jetzt nicht so ... Eigentlich würde ich den Rote Verstärkungszauber dieses Mal ganz gerne haben. Kannst du den fucking Redbach sagen, bitte? Nein, nein, das ist der rote Verstärkungszauber. Okay. Okay. Das ist ... Aha. Nein, Johnny. Komm mal, wir müssen raus. Wir müssen raus. Wir müssen raus. Ja, ich hab kein Strike Backup gehabt rechtzeitig. Was macht der? Flash. Schön. Noi. Ich will eigentlich wieder rein so. Ja, let's go. Ich will eigentlich wieder rein so. I mean, I'm here. Ich geh Quotthower. Ja, ruhig, man. Wir haben keine Oriana-Shock-Wave. Probe langsam. Hab ich mit dem keinen mehr verkauft, ist kein Problem. Also, ich war schon low, weißt du, das ist ... Ja, wenn ich reingehen soll. Ich hatte 56 Gold-Shattern auf meinem Nacken. 3.000 Gold in dem Inventar. Geh ich jetzt nicht? Ich bin mir hier auf dem Ohren eigentlich. Ich glaube, ich kann für beide Seiten entspannen. Oh, let's go, Brücki. Oder Johnny, sorry. Die Ori ist relativ stark. Warum herkommen, Brücki? Komme. Ich werde tot sein. Ich muss auf. Ist der Arm hängen von mir? Jarvan, cover der hinter. Jarvan, cover der hinter. Und die Ohren wird wahrscheinlich zu pehlen können, ne? Gib ihm mal einen Guest. Wollen wir trotzdem spielen? Ich wäre hier. Ich bin around, ich bin around. Teucheln wir das so hart spielen, das habe ich noch nicht erlebt. Äh. Warum denn nicht Ohren? Wollen wir hier noch trappen oder so? Johnny. Oh Gott. Fortwave-Texas. Ja, muss ich dir echt viel mit durch. Sieben, zwei Minutes, was ich sagen. Nice. Ich glaub so, der Rest der Wave hin ist. Im Chase so ein bisschen. Oh. Oh, look, look, look. Ich bin nicht mehr da, ich bin nicht mehr da. Ich sehe auch fast. Ich hoffe, der hat ja keine Schocker, sonst bin ich ja vielleicht led. Aha. Wie mir. Was geht mir denn auf Arthos mittlerweile? Der Cleaver und dann immer noch das Gleiche wie früher? Oh shit. Okay. Willst du mich verarschen? Äh, nein. Ich muss nur ein bisschen, ich brauche nur ein bisschen, bis ich hier meine... Ja, aber ich bin ja nicht mehr da. Wie, wieso bist du ja nicht mehr da? Wieso bist du das gleiche Level wie ich, Sola? Und wie erzähl mir nicht, dass dein Champion-Band ist? Ist das... Ich bin 80% des Games alleine gegangen. Das stimmt überhaupt nicht, Ruki hat dir doch richtig die Hand gehalten unten. Ja, bis er sich dann erwachsen wurde und er mich hat ziehen lassen. Ich habe alles gemacht, damit mein ADC stark ist und... Ja. Win, win, win. Achso, warte mal. Oh, die waren fein. Okay, ich kann den Lock-Up geben, Sola. Sola, ich kann den Lock-Up geben. Sola, guck auf hier landen. Wer hat das hier? Hier für die Jinx hier, ne? Oh, schade. Ich geh mal ganz frech hier von hinten. Da stehen ihre Base. Ich hol dich rein. Nein. Ist das geslaut? Ist das geslaut? Nice. Blankierenden. Wo muss das? Dem gebalanceden Champion um 1. Oh, so bad. Ich hab hier hin. Ich hab den Lock-Up. Ja, dann gönn dir jeden Kill. Nein, gut mit, Kaiser. Ich dachte, mein Champion ist nicht gebalanced. Ist er auch nicht. Ja, dann brauch ich auch alle Killen. Dazu text der Arthogs, mein Red-Buff. Mein Red-Buff meinst du? Hallo, Ruki. Was ist passiert? Was ist passiert? Was hab ich verpasst? Ne, ne, ich muss weg von der Jinx. Ach man, ich fühl's zu hart. Rieber zu hart als gar nicht. Kann ich da vielleicht noch retten? Ich komm hier, ich hab 20 Sekunden, hab ich Ult. Okay, okay, okay. Ich könnte da auch groupen, ne? Ich bin da sehr, sehr stark. Ich hab Ult ab. Ich spiel's langsam. Ruki ist ja 10 Sekunden Ult. Ich spiel's langsam. Wir gehen quasi 70 Shutt zurück. 1 gegen Kiel. Ich spiel's immer noch langsam. Ganz langsam. 5 Sekunden Ult. Ich geh wieder rein, ich geh wieder rum. Okay, bist du ready? Ja, ja, ja. Und bist du in Reichweite? Äh, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Jetzt, jetzt, jetzt. Ohren fährt in der Mitte 10. Ohren fährt in der Mitte 10. Ohren fährt in der Mitte 10. Der wird zurückgezogen, die Oriana. Töte Oriana. Das hängt doch nicht. Du spielst langsam? Ich hab nix mehr. Du, du, komm her. Du spielst langsam mit mir. Ja, ja, ich spiel ganz langsam. Uuh, was? Red Buff. Ne. Hilfe. Finspit. Meine KDR. Komplett im Eimer. Du lass es so schön, Töcki. Danke. Wir haben Spaß am Game. Wo willst du den noch grad haben? Komm, ich mach dir das. Ich bin... Schöne... Ja, ich eben bitte jetzt einfach. Okay. Gucken wir mal den Naflo Strider ran, hier. Was kannst du hinter mir? Das Problem ist, ich muss in der generellen Richtung sein. Ja, ja, ist okay. Ey, langsam. Oh mein Gott. Hab dir vertraut, Johnny. Wo warst du? Wo sind deine Cues, Johnny? Was darfst du so ein bisschen einfach ein Schämen für? Okay, eins zu Pop-Gramm. Ist doch für dich heute, was wir zusammen müssen. Das ist geil. Kein Problem. Finde ich gut, Brügge. Finde ich gut. Die kriegen ihn niemals nicht. Nein, 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 nein. Wir haben Kartes ult. Die beiden wichtigsten Spieler leben noch. Ich kann auch wieder hier Sola eine gute Ult geben. Ich kann Sola eine gute Ult geben. Seid ihr ready? Ja, ja, ja. Ich kann eher drücken, dann bin ich effektiv. Uri sagt noch keine Shockwave-Farben, okay? So übrigens, Grüße an die Nobody-We are da draußen. Das war der Play. Boah, ich baite die. Spielst du langsam? Okay, okay. Wir groupen jetzt und machen hier richtig bei dir. Wir spielen noch anders. Wir kommen da nicht so ganz rein. Ich hätte schon übertrieben Bock hier rein. Ich wollte es auch gerade eigentlich gar nicht langsam spielen. Dann bist du schnell, dann gehe ich rein. Dann gehe ich rein. Weiß ich noch nicht sogar. Hallo, ich bin jetzt drückend drin. Sola, Sola, Sola? Ja, ja. Ich bin da gekommen, wo du raus hast. Sola, 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 Sola. Ist das war ich Skate-Boom? Boah, 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 boah! Nein, no. Ich bin hinten in Trap. Wuuu. Mehr, 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 mehr! Andermal dann. I need more! Ja, bin da, bin da! Wie war es? Ich hab Stripe Backer in zwei. Ja? Wenn die kurz stehen bleibt, schade. Frag sie doch mal. I finished ja schon. Sag mal, ich habe dein ganze Game nur gefarmt. Wie lame war das denn? Dass gehe ich einmal für ein Plämen, Brücki, 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 hier oben, hier oben, der on, hier oben, der on, Brücki ist, Brücki ist in der Base, aber nicht in unserer Base. Ah, ich komme, ich komme, ich komme, das Teamfight, Teamfight, Teamfight. Oh Gott, ich habe mir die Hände gebrochen. Ich möchte nicht drüber reden. Oh, ich bin gesnipet, oh fucking. Dein Auftritt jetzt. Kein Druck, aber dein Auftritt. Oh, Mechanics, ja, Q, okay. Klasse, 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 Klasse. Ich hätte, glaube ich, auf die anderen. Ja, lass uns einfach das Game mit dem Ganzen abwarten. Ich glaube, wir geben denen den Nash, aber unser Kartus hat Ult. Unser Kartus hat actually Ult. Okay, Brücki. Inez? Na, ich bin gleich da, ich bin gleich da. Wie viel damage machst du denn, Johnny? Hast du noch eine Ult? Ich bin gleich in Range, ich bin gleich in Range, ich bin gleich in Range, ich bin gleich in Range. Das ist auch wichtig, dass du mit Ult gut damage machst. Den Qs triffst du nicht. Gleich, 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 gleich. Das ist wahr. Mach mal was Slash jetzt, mach mal was Slash, Leute. Leute, ich bin echt scheiße in Smiten, ha? Gönn dir, du schaffst das. Oh, ich habe ihn gestoppt. Ja. Ich habe Ult, ich habe Ult, ich habe Ult, ich habe Ult, ich habe Ult. Ja, okay, okay, okay. Will ich nochmal resetten? Ich gehe rein, Soda? Bist du ready? Ja, ja. Ich will auch rein, ich will auch rein. Ich habe noch Starex. Er hat die Ohren nicht gemisst. Ich hatte leider nicht Ulten oder Qen, da waren Polymorphen, wie gesagt. So, aber jetzt, aber jetzt, aber jetzt, Leute. Ich muss mich aber nicht runterrennen gewesen. Ne, war kalkulierter Int. Doch nicht. Ähm. Äh. Äh. Wir wenden uns Geld, ne? Ja, ja. Ich bin nicht hart, ja. Na gut, war vielleicht wirklich nicht so ein guter Fall. Äh, wir müssen uns aufpassen, jetzt müssen wir aufpassen. Vorstell mal Botlane durch. Äh, ich prepare mal Top Wave, oder? Oder wollt ihr doch net SpyWars spielen? Boah, ich bin da so drin. What? Keine Ahnung, Botch. So, ich würde jetzt mal ein Englisch suchen, ja? Guck mal. Aber vielleicht ein bisschen... Boah, dann schafft man auch langsam, ja. Und hier? Wir können ja zählen, oder? Wir können ja auch fighten, wir jumpen das Innit. Aber unter dem Tower können wir fighten. Ja, einfach jumpen. Wir können, aber wir werden. Ja, okay. Hast du einen Knock-Up away? Ich hab keinen Knock-Up. Guck hier, ich hab keinen Knock-Up. Guck hier, wir hier, BOOM! So muss das nämlich. Äh. So muss das. Wo sind die Gegner? Botwech, oder? Hier, okay. So ein Advox macht ja so dann Spaß, wa? Holy shit, dieser Knock-Up war so gut von mir. Das ist ja krass von mir. Ja. GG. Nice. GG. Ich bin gut, ey. Ich hab die ganze Zeit gefarmt, dann bin ich dreimal rein gegangen. Wir kommen hin. Ich hab leider 60 gefarmt, der Fight war vorbei vor meiner Ult. Nee. Pardis. 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 Ey, so du hast mir nicht gesagt, dass hier so kalt drin werden kann ohne Katzen und ohne 50 Monitore. Bei mir war es nicht kalt. Bei mir ist es so kalt die ganze Zeit. Die Heizungen gehen doch wieder. Ja, das ist true, das ist true. Ich könnte die anmachen, aber... Aber man kann auch Geld sparen. Genau. Gute Games. Gute Games. Gute Games. Gute Games. Gute Games. Gute Games.